Apple will mit seinen neuen MacBooks die Notebook Welt revolutionieren und wir schauen uns ganz entspannt an was nach einem kritischen Blick davon übrig bleibt. Größte Neuerung an den MacBooks ist eigentlich die Verpackung, sprich das Gehäuse. Apple sagt dazu Unibody und meint damit einfach zwei Gehäuseteile, die aus massiven Aluminium bestehen. Das gibt dem Ganzen eine richtig gute stabile Verarbeitung. Es ist richtig massiv. Was besseres haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht bei den Notebooks gefunden. Sie sollten es allerdings nicht runterfallen lassen, weil dann verzichtet das Aluminium und wenn das mal so weit ist, dann kriegen sie es nie wieder gerade. Apple teilt die Notebooks bei sich in zwei Gruppen auf. Einmal das MacBook und einmal das MacBook Pro. Die Preise sind ziemlich gesalzen. Das kleinste kostet 1200 Euro und das größte davon 2250 Euro. Eine Menge Holz für so ein Notebook. Ab sofort gibt es bei Apple Notebooks keine Matten Displays mehr. Alle sind Spiegel. Dafür sind sie mit LED Hintergrundbeleuchtung und Helligkeitssensor. Das ist super ergonomisch und erzeugt eine irre Helligkeit auch. Wir finden das großartig. Jubel, Jubel, was bis jetzt noch bei MacBook Pro war, gibt es jetzt auch bei den MacBooks, nämlich die beleuchtete Tastatur. Viel Neues gibt es jetzt auch unter der Haube. Apple verwendet jetzt Intel's neue Pendrin-Prozessoren. Die sind flott und noch viel stromsparender als die Vorgänger. Das ist aber alles, was jetzt von Intel kommt, nämlich bei dem Chipsatz und bei der Grafik wendet sich Apple jetzt an Nvidia. Das kleine Notebook hat eine ziemlich flotte integrierte Grafik im Chipsatz, während das große sogar eine zusätzliche 9600 GT drin hat. Das heißt, sie können je nachdem, ob sie jetzt mehr Grafikpower haben wollen oder lieber eine längere Laufzeit wechseln. Apropos wechseln. Was früher kaum möglich war, ist jetzt problemlos, nämlich das Wechseln von Akku und Festplatte. Die liegen nämlich unter einem Deckel, der frei zugänglich ist. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Touchpad geworden. Es hat nämlich jetzt überhaupt gar keine Tasten mehr. Das ganze Touchpad ist eine einzige Taste, die einigermaßen so schwergängig ist. Dafür erkennt es jetzt nicht nur 1, 2, 3, sondern sogar 4 Gesten, mit denen sie dann Spezialbefehle ausführen können. Richtig schwierig wird es, wenn sie Geräte anschließen wollten, weil beide MacBooks besitzen nur zwei USB-Ports. Das große besitzt zwar ein Firewire 800, dafür suchen sie den beim MacBook vergebens. Richtig schlimm wird es dann sogar, wenn sie einen externen Monitor anschließen wollen, denn beide besitzen weder DVI noch HDMI oder VGA, sondern den eher seltenen Displayport. Es gibt zwar Adapter dafür, die kosten aber zwischen 30 und 100 Euro und das finden wir echt total nervig. Die tollen Alu-Chassis haben aber nicht nur ihre Vorteile, sondern für Anwendern auch ein paar deftige Nachteile, weil Apple nutzt nämlich die tollen Chassis als passive Kühlkörper. Das ist bei dem kleinen MacBook nicht ganz so schlimm, weil es nicht so leistungsfähig ist und deswegen auch nicht so viel Abwärme erzeugt. Bei den großen MacBook Pros ist es schon ganz anders. Wir haben bis zu 47 Grad an der Unterseite gemessen. Das kann auf dem Schoß oder auf dem Schreibtisch ziemlich unangenehm werden. Zudem sind die Netzteile nicht geerdet, sprich die MacBooks stehen eigentlich immer unter einer leichten Stromspannung. Natürlich können sie mit Bootcamp, Windows XP oder Vista auf die MacBooks bügeln, allerdings werden sie dann Funktionen vermissen, die die neuen MacBooks erst so richtig ausmachen, wie zum Beispiel das Umschalt der Grafik funktioniert nicht oder auch die Gestensteuerung werden sie niemals benutzen können. Kein Zweifel, Apple hat diesmal wieder die schönsten Notebooks herausgebracht, die es momentan auf dem Markt gibt und zudem zeigt sie den ganzen anderen Konkurrenten, wie gute Gehäuseverarbeitung aussieht. Zudem sind sie jetzt wieder auf dem neuesten Stand der Technik und sind mit tollen Funktionen ausgestattet. Allerdings, die Preise sind fast schon eine Frechheit. 1200 Euro für das Kleinste und bis zu 2.250 Euro für das Größte sind für die meisten Anwärter einfach zu viel.